Mehr Komfort mit Sicherheit. Das ist unser Motto auf der Fensterbau-Frontale 2016. Und dafür stehen wir schon seit über 150 Jahren. Als innovativer Anbieter für Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik präsentieren wir Ihnen neue intelligente Lösungen. Diese machen Ihr Leben und Ihren Arbeitsalltag deutlich sicherer und komfortabler. Im Fokus die Vernetzung. Unsere neuen Schnittstellenlösungen eröffnen Ihnen mehr Flexibilität. GC-Produkte lassen sich einfach in Kommunikationsstandards der Haus- und Gebäudesystemtechnik integrieren. Die IQ-Box KNX integriert die intelligenten Fensterantriebe der IQ-Window Drive-Serie in Gebäudesysteme. Diese Systeme basieren auf dem Kommunikationsstandard KNX. So können die Fensterantriebe mit weiteren KNX-fähigen Komponenten in einem Gebäude kommunizieren, wie zum Beispiel Taster und Sensoren. Damit können Fenster auf Knopfdruck gesteuert werden. Die Box stellt genaue Informationen zu den Antrieben zur Verfügung, etwa Öffnungsweite, Fensterzustand oder Zyklenzahl. Das Schnittstellenmodul IO420 ist der perfekte Netzwerker für die Gebäudeleittechnik. Es ermöglicht die zentrale Visualisierung und Steuerung aller automatischen Türsysteme über ein Gebäudemanagementsystem. Das Überwachen und Steuern aus der Ferne spart Zeit, optimierte Energiebilanz und erhöhte Sicherheit. Mit der IO420 erhalten Hersteller von Gebäudeleitsystemen oder auch Gebäudebetreiber einen einfachen Zugang zur zukunftsfähigen Bagnet-Welt. Die A4000 Vektortüröffner von IST Systems, einem Mitglied der GZ-Gruppe, bieten große Vorteile. Das nahezu lautlose Öffnen auch unter Vorlast und die optional integrierte Fallenführung IST Kingfix. Die Vektortüröffner sind damit die Spezialisten überall dort, wo Lärmschutz gefragt ist und viele Menschen ein- und ausgehen. Zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Eingangsbereichen von Mehrfamilienhäusern. Das Maß der IST Kingfix-Fallenführung ist kompatibel mit marktüblichen Türöffnern und Schließblechen. Das garantiert ein einfaches Nachrüsten. Mit den neu entwickelten Vektortüröffnern löst GZ die bisherige Monopolstellung anderer Anbieter auf und erweitert für Anwender das Produktspektrum. Komfortable und sichere Lösungen sind immer mehr auch in kleineren Gebäuden und in eigenen vier Wänden gefragt. Werfen wir daher einen Pick auf unsere Living Solutions. Zum Beispiel auf die neue Türdämpfung GZ Active Stop, die sich schnell und einfach montieren lässt. Kundenzufriedenheit hat bei GZ oberste Priorität. Von der ersten Beratung über maßgeschneiderte Kundenlösungen bis hin zur Inbetriebnahme, regelmäßigen Wartungen und Schulungen. Mit Customer Solutions von GZ profitieren Kunden von individuellen Lösungen die bestmögliche Sicherheit und Komfort bietet. Ein Beispiel sind die Steuerkomponenten für 24 Volt und 230 Volt Fensteranträge. Die neue Raumklimaregelung. Wir freuen uns darauf, weitere neue Lösungen für Sie zu entwickeln. Diese sollen Ihr Leben und Arbeiten immer sicherer und komfortabler machen. també bei GZ Active Stop, die aus B Valerie zu entwickeln. Bis zum nächsten Mal. Die Leute, die gegen die 10-1-Jetage sind immer mehr, die sich dasselungen ausbauen. Die Leute vertreten! Die Leute, die die Menschen, die in der Zeit! Und die Leute! Die Leute, die Leute felsch significen, dasselungen, die Leute da sie spätigen. die Leute, die Leute, die Leute kaugenけれum. Bis zum nächsten Mal.